Neuer Server? Neuer Server? Neuer Server? Ha, ey. Jetzt geht richtig los hier. Diesmal sind wir die Weißen und müssen gegen die Braunen. Ja! Die Grauen und müssen gegen die Braunen. Ja, sind die Weißen. Lass uns den hoch zum roten Punkt laufen, den müssen wir nämlich mal einnehmen. Ja, oder? Ich kämpfe gerade gegen Wladimir und... Boszniak. Wo bist du denn? Auf links hoch zum roten Punkt. Du läufst da hinten lang? Ich kämpfe die ganze Zeit da unten. Okay, ich komme. Wollen wir uns nicht ein Auto besorgen? Genau. Später. Vor dir ist ein Orville USA. URS. So. Transporter Truck. So, ich bin direkt neben dir. Verlöten kommt ein Panzer aufpassen. Ein BTX. APC. Abs. 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 Bei uns läuft gerade eine riesengroße Truppe. Graue Leute. Die fangen gerade an zu trocken. Was neben uns? Richtung Zielpunkt. Okay. Wow. Die sitzen einfach im hohen Gras wie Pokemon, Alter. Schweine. Aber Munition hast du unendlich, oder wie? Muss halt nur nachladen immer. Ich bin in dem Rudel mit drin hier. Ich seh dich. Warte. Ich schweiß mal eine Granate rüber. Geht das über die Mauer? Hm. Zu spät. Granate! Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Bist du tot? Nein. Wow. Die werfen Granaten rüber. Aufpassen. Welche Schweine. Die werfen Granaten rüber. Ich geh mal. Warte mal. Ich geh mal. Ich geh mal unten um die Mauer drum rum. Ja. Hier hinten ist offen. Hier hinten ist offen. Hier hinten ist offen. Und hier hinten ist keine Sau da. Warte ich kommen. Jo. Ich bin Mimi Hoffmann. Das ist für mich geil. Es ist ja gescheit, dass man solche Spiele gespielt hat in der Art. Aber es ist irgendwie ziemlich gut durchdacht. Ja. Kannst du aufpassen? Kann man da in die Häuser rein? Äh ne. Aber du kannst auf die Häuser drauf, wenn es gut läuft. Also auf manche. Wenn die Leiter dran ist. Okay. Jetzt müssen wir das versuchen von hinten einzunehmen, oder wie? Oder hinten ist einer. Wow. Da ist jemand. Hab. PKM in deiner Richtung. So. Hab ihn. Die Brauen haben irgendwie nur PKM zum größten Teil geworden. Was piept denn hier so? Ach 6 Sekunden noch bis zum Einnehmen. Jetzt können wir das noch 4 Sekunden halten. 3. Und dann haben wir den Punkt eingenommen. Yeah. Nice. Jetzt würde ich mir gerne mal ne Granat, äh ne Waffe kaufen irgendwo. Kann man nämlich die obere linke Ecke schreiben. Das ist gut. Das hier ist. Unser Rücken ist erstmal gesichert. Okay. Das stimmt. Kann man die, kann man die Basen irgendwie äh ausbauen oder so? Oh, wir haben XP und RPs. Jetzt können wir uns auch richtig ausrüsten. Ah, ich kann mir aber keine Waffe holen, ja. Brägt 2500 ab. Also echt. Ich nehme mal, ich nehme mal zwei Handgranaten mit noch. Ja, kann ich mir eh nicht holen. Und was, was bringen wir, äh die Dollar da unten? 300 Dollar zum Beispiel? Das hab ich schon nicht rausgefunden. Hm. Okay. G36 besitze ich ja. Alle anderen kann ich leider noch nicht kaufen, dafür immer noch die Erfahrungspunkte. Okay. Und verliert man die Erfahrungspunkte, weil man stirbt. Ja, aber. Hm. Ich bin, ich bin jetzt in dem, in dem Truck drin. Soll ich den mitbringen oder soll ich den hinten stehen lassen? Hm. Nicht vorne. Warte mal. Ich mach mal. Ich hab grad ne Kiste kaputt gemacht. Was ist drinne? G36. Und ne Handgranate. Brauchst du ne Handgranate? Hm. Snibeku ja auf dem Fußboden. Was ist auf dem Fußboden? Erdbeermarmelade? Snibeku ja auf dem Fußboden. Serna ist nicht mit. Gibt nicht. Hm. Egal. Hast du, hast du nicht das Level oder wie? Snibeku ja auf dem Fußboden. Hm. Wir müssen erstmal noch ein bisschen was hier rocken. Wo bist denn jetzt? Ah, im Süden. Ja, ich komme. Ich fahre sie einfach tot, die Leute. Die Karavane zieht weiter, zieht durchs ganze Land. Braunengebiet. Braune Zone. Amory Transporter auf dem Rake. Oh, da sind rote Fahrzeuge bei uns in der Base. Wo wir gestartet sind am Anfang. Die hole ich mir. Wenn ich die Schweine sprengen muss. Oh Gott, wir müssen da rein. Wir müssen denen da helfen. Ich bin unkonferenz und ringt von Braun drum. Ja, ich renne da mal hin. Ich hole mir das. Ich hole mir den Panzer dort. Kanaden weggesprengt. Ich laufe direkt unter dem Panzer hinterher. Kriegen aber nicht. Nein, kannst du kriegen den Panzer hinterher zu rennen. Wow. Ich liege im Schützenkram. Wie kann man sich dann heilen? Das ist automatisch, glaube ich. Achso, okay. Weil ich ja so einen Medipack habe. Da kannst du die Kunden aufheben, die auf den Fußboden liegen. Und die so im Ring crossen. Und die aufheben und... Was, die Leichen oder wie? Achso, die Großen. Wenn die jetzt zum Beispiel die Kampen geschossen wurden, bloß also die gleich gekillt sind, dann wird angeschossen. Okay. Pass auf, bei dir da unten ist ein Panzer. Bei mir unten ist einige. Die kommen jetzt direkt in eine Richtung. Racksturm. Kommen direkt in die... Oh, kacke. Hier ist ein... Armory-Lager. Wir nehmen es gerade... Wir nehmen es gerade ein. Oh. Alles gut. Hä? Ich hab schon geholfen, du willst ein D-Sync, alter. Out of Sync. Egal. Nochmal. Zack. Nochmal hier an den Armory ran. So. Ich kann mir immer noch nichts kaufen. Richtig cool. Fridolin ist bei mir. Aufgestiegen bist. Ja. Ich hab jetzt 384 HP. Äh, XP. HP. So, wo bist du jetzt? Ich bin... bei der Armory. Ach, die haben unsere Basis eingenommen, die Schweine. Ich komme! Ich hab so'n... so'ne Art Arma 3 Hunter. Eigentlich ganz. Ja, das Fahren ist aber echt richtig tricky. Das ist echt... komisch. Ich komme von hinten. Jo, XP mit uns. Sehr gut. Hast du mal so nebenbei eingenommen? Da hab ich jetzt Reaktion hergehängt. Du bist immer drüberspringen nach unten. Oh fuck. Hier sind sie! Ja. Ich seh' die Schweine! Weiß ich nicht die Beine. Ich werf' ne Granate rein! Oh was! Ich hab' mich selbst gesprengt! Das war'n das! Ich nehm' ne Granate und auf einmal sprengt sich meiner einfach selber. So, bumm. Ah, passiert. Passiert! Ja, keinem Krieg. Ja, mal passiert, dass ich einfach mal selber sprengt. Die Schule ist immer. Go, go, go! Granate rein! Nein! Gut. Du kannst doch deine eigene Nötchen nehmen. Hab ich's grad gemacht! Scheiße! Ich hab dafür Schokolade mitgenommen, so. Kleine Verdauungsschokolade. Du alles Schwein, du! Oh, Alter! Der hat echt ne Granate vor sich hingeschmissen, bevor er gestorben ist. Ich hab's mehr Tür rum. Du musst mal die Schei geläbte Pistole kaufen, die ist übelst geil. Okay. Hör dich keiner, oder was? Ja, die ist halt auch selbst schön präzise. So. Ich bin jetzt hier oben. Transporter-Truck? Ne. Du rennst hier grad durch die Pampa? Ja, ich komm auch nicht hinterher. Oh Gott. Ja, selber relativ häufig. Oh, ein Jeep. Oh, den übernehme ich. Warte, der hatte ich auch gerade. Oh, von hinten kommt ein Panzer bei mir. Ne, der fährt weg. Lass uns mal die E-Space einnehmen dort. Fuck. Du bist tot? Nein! Direkt in dein Geld reingefrochen, Alter. Ich hab's gemerkt. Ich hab's gesehen. Zumindest seh ich grad. Was? Ich hasse das. Ich weiß nicht, wie ich raussuchen kann. Ja, du musst einfach nur einen Karten suchen. Du verlierst relativ viel XP-Punkte. Mh. Mh. Du musst aber rein was aber gerade. Meine Maus. Oh, bis ich muss... Meine... Übernommenen Maus mit dem Kumpel wieder. Also, ich hab dir da abgeschossen, willst du mich rollen? Naja, abschicken, muss man richtig töten. Oh, schon wieder tot! Alter! Ich bin ein Daueropfer. Yeah, way to go. Ich hab nur noch 120 XP. Da ist der Panzer. Lass den Panzer übernehmen. Bin aufgestiegen. Bist du ein Panzer zu? Naja, aber ich bin ein Level aufgestiegen. Ah, sehr nice. Und dann kannst du nicht mehr zurückgestuft werden, oder wie? Nö, nö. Was soll ich von Level machst? Hast du ein Level. Ich fahr direkt dem Panzer hinterher. Was bin ich, Alter? Granate! Aufpassen! Ja, die waren mal richtig firm, richtig firm. Aber jetzt muss ich mal zuschlagen, ich sag mal ein Panzer. Jetzt muss ich mal das Ding einnehmen. Du willst ein Panzer? Ne, der Panzer ist mit hier. Das ist... Oh, der ist doch rot! Auf der Karte war der rot angezeigt. Go, 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 Leute! Alter, ich werd abgeschossen. 9 XP verloren. Boah! Ich hab grad nur durchschuld'n Spot. Oh, deutsch. Noch 124 XP. Panzer kommt von hinten. Ich renne von hinten drum rum. Granate! Oh ja, sehr nice. Die hat sich gelohnt. So, hab einen. Ja, der Typ sagt's schon richtig. Let's go! 24 Sekunden. Komm, das schaffen wir. Das Ding gehört uns, Junge. Wow. Zack. Ey, die legen irgendwie immer Granaten, wenn die sterben. Kann das sein, Feuer? Dann reißen die mich immer mit in den Tod, die Schweine. Ich schweine die! Yeah! Victory! Ah, das war schön? Ja. Cool, dann machen wir jetzt mal einen kleinen Schnitt. So, jetzt bis mal. Sehen wir zum nächsten Part wieder. Von Wifels. Ne, Running with Wifels. Von Jesus. Running with Wifels. Yo. Bis danno. Bis danno.